ok leute es geht weiter war okay weiter ich muss kurz was machen nummer vier super ob die musik ist schon geil aber ich muss jetzt fliegen glaube ich sonst tötet mich dieser stein hier auch du scheiße so nah schon okay weiter weiter aber da stein sieht viel cooler aus als bei mario viel viel besser los bestimmt weil mario noch hardcore ist als mario bleibt drin okay nutzt es was ja und scheiße ein leben dazu okay okay weil dich wartet okay es geht weiter was war das oder was dieses spiel ist noch schlimmer als mario oder steigen da kommt näher ok ok schneller schneller das schaffe ich doch das schaffe ich doch locker schneller weil dich hier ich habe nicht die zeit dafür okay weiter weiter bisschen motivation will ich haben von dir war hier du willst auch nicht sterben oder du mit deinem dicken arsch und deinem bauarbeiterhelm ok hä was soll ich jetzt machen soll ich warten bis da runter fällt oder was ok ich kann warten ach so ok 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 du bastard ok ich habe es noch zum ziel ok mr t action mr t action ok ok okay ok 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 scheiße 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 boah geschafft noch hä man wird mich jetzt verarschen hey das ach dieses level mich verarschen kann ich speichern eigentlich nein verdammter mist also man muss also für diesen spaß die den weg freimachen sonst kommt er nicht weiter mit seinen komischen stacheln die sind ja sowieso als dekoration da man ja dieses spiel schon schwieriger das habe ich schon jetzt gemerkt viel viel schwieriger aber es gibt kein spiel für waluigi warum eigentlich ach das leben will ich mir hier mal okay okay ich warte jetzt mal auf meinen kumpel und wartet okay es geht weiter los kompletten komm her so rauf mit dir so ist es fein so ist es fein mit dir okay dafür diese fliedermaus teil ist komisch denk nicht mal nach was ist bevor macht was hatte gott gesagt keine ahnung so okay 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 ich muss jetzt auf ihn warten und bevor er weiterkommt die felsblöcke zerstören schneller schneller ich bin nicht gekillt werden hier los schneller war ja mach keine fax mit mir scheiße 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 lauf geschafft oder was okay das war jetzt irgendwie leicht oh ich hab's geschafft ich hab's geschafft super das ist doch mal klasse da rein bitte 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 aber da sieht hier was passiert wenn man zehn tonnen macht der wird die hälfte halbiert und dann ist bario traurig bitte ja okay ich habe jetzt mein geld wieder zurück 28 ok ich gehe jetzt raus ich will jetzt nicht weiter riskieren raus mit ihr raus okay jetzt haben wir 114 ja 114 super boah zum boss hat die denke jetzt mal du 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 dhu du du dhu du du dr du dude dh 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 dat zue teile verschwinde -k dhah Flammenwerfer oder ach das ist der Wikinger Scheiße, komm runter Scheiße, ich dachte schon hat mich getötet Okay Zieh Okay Boah, das war knapp Aha Und wie soll ich da jetzt durchkommen Achso, er kann krabbeln, okay Okay, gespeichert Zu Glück habe ich ge... Was ist das denn? Ist das für ein Panda? Bestimmt der Bruder von Winnie-Pooh Was passiert? Okay, du bist weg Okay Okay Aha, sogar noch so durch Aha Oh, das hätte mich fast... Achso, das ist ein Shaki Okay, ich muss gegen einen komischen... Okay, ein Cooper Aha So, okay Du bist da... Ich bin nicht... Okay, das merke ich mir So besiegt man den Boss Ein Shaki ist das Man will es nicht glauben, aber trotzdem ist es ein Shaki Sieht für mich nicht nach ein Shaki aus Aber es ist eins, ein fetter Shaki Wie ihr seht, werft er auch Steine so runter Wie ein Shaki, Shaki, Maki Aber wie soll ich diese Herzen holen? Wie zum Teufel soll ich diese Herzen holen? Wollt ihr mich irgendwie verarschen oder was? Äh, okay 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 Epischer Bosskampf Super epischer Bosskampf Aber wartet Okay Es geht weiter Ich habe kurz noch ein Safe State gemacht Okay Der ist Kabums gemacht worden Von mir Okay Der ist so dumm Und macht den gleichen Fehler nochmal Aber ich glaube noch einmal Habe ich sowieso nur ein... Zwei Minuten noch Ja Getötet Meins, meins Okay Ich habe viele Münzen gesammelt Da rein Nein, 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 nein Ich riskiere es nicht Ich riskiere es nicht Hier, du kriegst 152 Münzen Super Okay, es geht auch ein bisschen schneller Dankeschön Erste Welt fertig Eine Wario Flagge Äh, okay Wartet Eine Minute Und er heißt Mount Teapot Teapot Okay Was ist das? Achso, explodiert Habitag Boah, ein Habitag Ich musste... Boah Boah Ich dachte schon Noch ein Habitag bestimmt Was ist das denn? Seepferdchen oder was? Ey, kann ich jetzt nicht mehr rauskommen oder was? Okay, bitte Ich will jetzt rauskommen Scheiße Es explodiert Habitag Oh, scheiße Dieses Spiel ist schwieriger als Mario Viel, viel schwieriger Boah Boah Du, dich Was bist du für ein Igel? Bist du ein Igel oder was? Ich glaube, der ist Sonic Verdammt noch mal Scheiße Es explodiert Es explodiert Du, pass doch Ich bring dich um Wartet Ich muss die Aufnahme hier beenden Und wir sehen uns im nächsten Part Tschüss